Ich bin mal wieder komplett spät dran, aber besser spät als gar nicht. Deshalb habe ich mir jetzt auch mal diesen Seibsbräuner gekauft und versuche mir jetzt damit Sommersprossen zu machen. Entweder sieht es gut aus oder komplett scheiße. Ich bin jetzt mal alle meine Pinsel durchgegangen, weil die meisten machen das immer mit dem Pinsel. Und ich habe ihn nur so ein. Ich hoffe, das geht trotzdem. Erstmal schütteln wir den Bums gut, damit sich alles gut vermischt. Okay. Das reicht. Okay, let's go. Ich mache jetzt einfach mal ein bisschen viel. Okay, let's go. Okay, ich bin fertig. Also ich weiß nicht, ob das aussieht wie Sommersprossen, aber ich mag es.